Also, der Lukas und ich gehen super gerne ins Kino. Ganz groß, ich kann mich ein bisschen korrigieren. Und was sind denn so eigentlich die Lieblingsgenre? Welche Filme guckt ihr besonders an? Zahnarzt. Teleshopping. Dschungelcamp. 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 Der Siegern mit den anderen zwei Genre anfolgen. Dschungelcamp. Gut. Das bedeutet für unsere nächste Szene, dass kommen alle unsere Filme mehr und alle unsere Filme wieder. Auf die Biene dücken, denn es ist unser letztes Spiel. Genau. Ihr könnt euch singen, dass ihr zwei Filme dran. Wir müssen am besten mal, oder? Genau. Und... Männerpower! Ja, Expellidingsbums! Na, für euch! Einmal... Wollywood! Ja! Genau! Die Spieler werden jetzt gleich eine Szene spielen, die aber in diesen drei verschiedenen Genres angezogen wird. Das heißt, sie haben zum Beispiel angefangen, im Horror-Genre zu spielen und irgendwann geklatscht und werden ausgewechselt und die Szene geht dann in einem anderen Genre weiter. Wunderbar! Ja, das belohne ich natürlich noch. Vielleicht schauen wir mal, wir hatten einmal den Songfilm. Dann passen wir den Horror-Film! Und Wollywood! Das ist eine Szene. Und da... Ja, das ist schon gut! Das ist schon gut. Und dann... Geht auch einen Socken von dir? Leiser! Kann ich gar nicht in das richtige Haus kommen? Kein Problem. Du suchst dir einfach die coolsten Leute aus. Einfach hingehen. Und dann einfach mal schauen, wer dir passt. Einfach? Und dann sag ich dem Hut was? Ja, gut. Hi Hut. Ich bin's. Na du alter Hut. Ja Hut, ich bin Genosse. Und dann schau mir in die Augen. Und, nee, bitte, den geilen Haus. In das coole Haus, bitte. Aber was, wenn ich zu diesen murreliebenden, dreckigen, schlammflütrigen, Widerlichen. Widerlichen. Wippen. Vielleicht gar nicht daran denken. Aber keine Sorge, das wird nicht passieren. Ja, das wird nicht passieren, weißt du? Ja. Okay. Das wird nicht passieren. Ich habe Vorstellungen getroffen. Ich bin vorrangig getroffen. Der Hut, der steht auf Tütt. Da, der steht auf Tütt. Ich habe wunderschönes Mal. Das war so schön. Und, ist sie schon bereit? Ja. Wen möchtest du denn beeindrucken? Ich bin ganz fieber, aber ich wollte mich fragen, was hältst du für eine lesbische Mütze? Was sollen da unsere Eltern sagen? Wir sind doch in einer unterschiedlichen Kaste. Ich leide. Aber ich liebe dich auch. Oh, das freut mich so. Das ist der glücklichste Moment in meinem Leben. Lass uns tanzen. Das scheint sich ein. Lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Lass uns tanzen, Lass uns tanzen. Hans, du bist so? Lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Ja, der erst. Auf die Tolten zur Ecke. Ein Fehlern vor Ort, als wir keinen Kampen haben. Denken Sie auf! Lassen Sie sich gleich braun um Sie zum Herzen. Ich hasse mich einfach. Ne, zwei. Mit Augen! Oh, ich kann so gern kriegen mit dir. Ach, doch schon, weil du hast einen Namen. Es wird nur ein bisschen Curry aufs Mund. Und jetzt weiß ich Hanna, und jetzt weiß man, und jetzt weiß man! Das ist das beste Curry, das ich je gegessen habe. Oh du schön, Lodi. Du bist die Gaste. Aber wenn sie nicht, was das dann kostet. Ihr probiert mal, dass die Wirkung bei uns eine ganz andere Sache hat. Also ich würde ja zu einem sexy... Aber du bist zu. Du, meine Schüler, fällt dir ein, deinen Zauber gegen mich zu verändern. Ha! Dein Zauber! Dein Zauber! Gegen dich! 7000 Euro Patentanmeldung für euch! Jetzt ist meine Zeit gekommen! Die des Zauberschülers! So viel Wasser war hier noch nie! Du bist doch einer Trinkenmeister! Falle, Falle! Trinken, du Trinken!